Hallo meine Damen und Herren! Servus! Ja, wir sind die Hook Pros und wir spielen heute, es ist gerade heute erschienen, Free to Play, Steel Circus, bin ich richtig? Steel Circus, absolut, das ist es, oh ja! Wenn ihr Spiele wie Rocket League, nur ist das ein bisschen anders, und zwar kennt ihr noch, oh okay, Speedball, ich weiß nicht. Ja, das ist auch aber so ähnlich, ja, ja, ja. Auf dem Amiga zum Beispiel. Herzprobleme, nee. Ja, Speedball, nur in der neuen Variante und es macht sehr viel Spaß. Absolut. Ich muss wirklich sagen, es macht richtig Bock, wir haben ein Spiel gerade jetzt gemacht, und es gibt sechs Charaktere, wir haben jetzt, das ist Early Access, also man kann die auch freischalten, oder kaufen, oder wie auch immer, also für die Entwickler unterstützen, so in der Art. Oh yeah! Und die haben unterschiedliche Fähigkeiten auch, und es macht sehr viel Spaß, glaube ich. Oh, wirklich Spaß, ja, wir hatten auch eine leichte erste Runde vorhin. Ja, ja. Gegen einen Gegner, so ist es dann auch gut verteilt. Ja, richtig. Wir konnten trainieren, zumindest. Ja, genau, es ist, man kann rennen, man kann tacklen, man kann zwei Fähigkeiten benutzen, und schießen, das ist eigentlich alles. Fähigkeiten, ja, da muss man aber noch ran, hier, das sag ich dir aber. Jetzt geht's los, ah, also rennen kann man auch, das ist auch ganz klar. Warten, ah, mal! Ah Jawohl! Sehst du das, ah, jetzt geht es ja schon los, ah, jetzt geht's los. Das ging schnell los, leck mich am Arsch. Ich호�h, ich glaube, ich bleib' mal als Tank nach hinten, glaube ich lieber. Aber obwohl, jetzt bleib' ich mal nicht nach hinten. Also man kann jetzt hier, ja, man kann fort... Oh, ich wurde abgesetzt! Ja, ich seh's grad, ich seh's grad! ich muss eins sagen bei mir ist der schießknopf geht nicht ich weiß es nicht ich habe es schlecht das ist ja auch ich bleibe mal hinten als bissel als ja wie soll man sagen ja das ist ja nicht das ding das ist ja unser gewesen auch der fest die sind schon das kam erst heute raus sie sind so gut ja das kriegen wir auch noch hin oder bärle machen eine zum thema nein ich hätte ihn fast gar das blöde es ist auch nicht zu schnell dass wir die ganzen aber schnell genug für uns alte männer ja sehr schön sehr schön super süß alec das gibt ein geschrei wieder heute am ja ich habe mir weggehauen den Ball müsst ihr mal vorschießen genau genau jetzt gibt er die lachte hat er mir abgenommen ja fett sagt ja ja habe ich gemacht aber dann ist er ja auch in feindes anleitung aufpassen das ganze ist das ein gutes spiel ist das ein gutes spiel das ist ja mal wieder ein gutes spiel mein gott bringen sie mal wieder die guten spiel raus ich bleibe echt mal hinten lieber als das ist mir als lieber ich hab mal weggeschossen ich hab da mal was ausprobiert hutzlbärle ich hab ihn Hilfe nein ich hab versucht zu tacklen du hast ihn schießt mir ja ja vor vor baby hutz mach was draus jetzt ja ist das ein schönes spiel ist das ein geiles spiel da wird sofort aus champion packs gekauft ja ja absolut da also da bin ich sofort ja so einfach muss es gehen naja das war einfach 2,6 ja so läuft das wenigstens da bringt man ja auch der stolzen mutterdatz oh das scheißen oh ich bin eingefangen huddel nein ich kann nichts dafür oh nein das verweht das verweht scheiße wo bin ich denn ich hab ihn weggestürzt ah scheiße ah ja ok scheiße Sturzeisen werde ich auch genannt Sturzeisen oh nein was wer hat denn jetzt da so einen komischen ja der hat das ding der kann doch dir das schild werfen der kann es abschieben oh oh er zack das heißt nicht wer man führt das heißt nichts meine Damen und Herren das heißt gar nichts normalerweise jau das ist mir nach vorne gelegt jetzt hat er mich eingesperrt ah eigenen fetten körper ah ich hab meine eigene Frau jetzt vorne ja oh Gott ich bin aus oh ne der ist ganz vorne ich pass mal aufs Tor auf ich hab ihn aber weggenommen oh 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 nein er hat abgewehrt sogar ah jetzt haben die uns wieder eingespinkt ich hab ihn sehr schön hoch ich hab ihn weg nein das gibt's doch nicht weg mit dem Ei ja ja vernehmen scheiße ja ah 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 lecken wie oh das war finster ich drücke gerade die Knöpfe ja nein der Fettsack ah jetzt hab ich scheiße gebaut ich hätte was ich beserben sollen im Hals ich hab den falschen Knopf gedrückt ich drückte gar nicht falsch so ein bisschen orientieren muss ich mich noch gleich mal abgegeben weil die waren mir schwer auf der Hut NEEEEEEEIN HUT REIN NICHT WohM NICHT JETZT 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 das ist so geht man ab so weiß die mutter auf wie man den chance ich habe ihn nein hat ihn der den erdinger scheiße bier 8 kotz nein alle sind sie vornen war doch scheiß müsli jetzt ich habe ihn weggetackelt macht doch was draus haben sie mich eingesperrt es gibt es kann nicht sein bei 30 sekunden abstand das ist ja der champions lauge hier weg mit dem iho oh jetzt ist das ja ich hab's ja aber der hat ja nochmal schon wieder abgenommen jetzt vor macht was raus wer denn ja nein ich hab den eben gehofft ich sag euch das gibt eine zitterpartie hier mein gott leck mich am arsch das ist ja das ist ja wunderschön ich muss noch was drechseln nochmal eine runde natürlich also du kannst es nur machen oder gibt es ja echt so abgefahrene viecher noch entdecke hier suchtgefahr suchtgefahr also wenn ihr speedball kennt von früher vom amigas 1 2 gab es ja von wie hieß die brothers wie heißen die merlin nein jetzt sag wie heißen die ich weiß nicht die bitmap brothers genau von denne war es ja so alt sind wir auch vom amica war das ja also dieser rambock wen nimmst du denn ein ach so jetzt muss ich überlegen ich will jetzt doch jemand anderen mal aus du bist als erster dann die chance bekommen ja nimm doch mal den schreder was macht denn der robot was hat der für fähigkeiten gehabt der kann echt in der bombe schießen von oben aber da brauchst du Zeit dafür um zu ziehen dann noch also mit dem mit dem ja mit der mit der elika da bin ich echt das macht auch easy vom steuer man muss sich nur ja überall mal ein bisschen rein trainieren läuft schon jetzt gut ach enrika ne henrika so meine damen herren es geht weiter darf ich nicht auf den falschen gucken ja junge frau ich muss unbedingt der urberg spielen das ist ja urzwerg urberg würde ich mal sagen aber ich würde schon ausgeknoppt das fängt aber das fängt schon locker an will ich ja weg mit einem ei nein weiß was was hast du mir doch ich ganz los du bist du es ich das ich habe und mit meinem schild aber dabei ist trotzdem reingegangen was machst du schinken schießen wir müssen zum schinken vater das wird eine ekelrunde der hier könnte hast nach oben gehen jetzt ja wenn wir mal hinten oder so halb hinten halte halbherzig mach mal ein paar kleiner als bin ich eingespeist worden zurück die sind aber gut ich habe meine herren kuckuck 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 takeshis verdammtes castle ja guck mal ich habe abgeloogt scheiße ja jetzt hat er noch vorne geklopft die dicke saule ja ja ich habe mal weggepfeffert damit die junge frau ein bisschen was zum ach so jetzt habe ich ihn getackt ich habe gedacht er hat den ball fett schürze online ja ach scheiße nein ich habe ihn weg mit dem eil sehr schön sehr schön nein es ist ja wieder auch gott nein der schießt da ja so gut zurück die henrika jetzt willkommen ja ich bin auch ja ich bin nicht weit vorne aber warte ich täckel dir denn mal ein paar leute weg nein wo ist er jetzt hin nein ich habe es versucht es tut mir lid ich habe ihn weggeschossen wo ich sage ich habe ihn scheiße ich hatte ihn ich habe ihn vorgeschossen ja ja ist ja klar dass er dann den abgibt die henrika ja 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 jawoll ich glaube ich war gerade zu mein gott ich könnte hier den control ein stück reißen meine damen und herren so süß ist das spiel wie junge butter oh der kommt aber zurück ich habe ihn ja okay baby mama ich bin vorne ich habe ihn auch noch abgegeben okay nein der hat ihn nicht ja au oh man oh man okay nochmal ja nimm ihn nur ab ja du Drecksack der ist ein Ball warum nimmt keiner diesen verdammten Ball ja jetzt kommt die henrika nämlich oh wohl im schiss ja 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 wir leben oh bei mir spinnt das spiel ich glaube ich habe mal wieder bald abstürze jetzt ist es oh gott ja ey aber mitzutzt auch ein bisschen nein jetzt habe ich dem das in die hand gespielt scheiße der macht hamsinnvoller trainer ich habe euch in den fetzen ich glaube ich bleib mal lieber hin doch jetzt kann man auch ja ja ich habe nämlich mein und eingesetzt hier eine letzte oh aber ich sehe ihn trotzdem vorne ja er lauft da auch rein in sich oh ich zerbiege das Ding in so stücke zack ja habe ich auch schon mal Probleme mit so jetzt nochmal ich wurde ausgetackert ja jetzt ich glaube ich bin lieber mal hinten stehen aber das bringt ja auch nichts mehr ab hinten ok so ein bisschen will ihn denn keiner nehmen die drachenfliege zum beispiel na oh ich würde ko schlagen tatsächlich ja schwanz also schlampe er jetzt nochmal ja jetzt ich habe mich durch gespielt nein nein ich habe die verloren wenn ich pilztro pilztro so 8-2 das ist richtig schlecht das war schlecht ja meine das war jetzt eine zwei runden keine runde mehr ok ja nee das war schon lang ja nee Steel Circus oh mein Gott ich war ein guter Verteidiger ja free to play spielt das unbedingt das ist free to play hat der Hood gerade gesagt genau und es macht übel Spaß also oh da kriegst du Wut wieder ja lad ja so ja vielen Dank ihr seid die Hookbross schaut bei uns vorbei immer gerne sehen Nerds of the Dead Patreon ihr wisst schon ach ganz wichtig ja tschüss alles klar bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss